Willkommen im Arcada Club, deine Adresse für unterhaltsames und inspirierendes Lernen. Und hier ist dein Gastgeber, Peer Puppen. Hallo, liebe Arcada Club Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Das Jahr hat begonnen und meistens ist die Jahreszeit jetzt sehr trüb. Grund genug, einmal durch die Fotos des letzten Sommers vielleicht zu gehen oder Frühlings und die schönen Bilder auszusuchen, in Geschichten zu verpacken und vielleicht der Familie in Form eines Films zu präsentieren. Darum geht's und schaut mal, ich lasse hier so eine Geschichte reinfliegen, die ich hier kreiert habe. Und darum geht's, wir wollen das zum einen erzeugen, aber wir wollen auch gleichzeitig noch so ein bisschen das Timing daran verändern und ein paar Funktionen einbauen, die ihr vielleicht noch nicht kanntet. Und darum geht's, also wenn ihr Lust habt, steigt ihr mit ein. Das Ganze machen wir jetzt zunächst einmal im Keynote, in diesem Programm von Apple, das kostenlos allen zur Verfügung gestellt wird, bin ich jetzt gerade. Und wir beginnen mal komplett mit dem Folienlayout der ersten Seite. Und damit ihr das alles auch mit so schönen Hintergrundgrafiken machen könnt, könnt ihr euch zum einen bei Pixabay solche Grafiken herunterladen, aber ich habe für alle, die die Flatrate gekauft haben im Club, könnt ihr auf www.arkader-club.de machen. Dort stelle ich euch ein kostenloses Urlaubsfolien-Thema zur Verfügung. Könnt ihr einfach herunterladen, anklicken und dann habt ihr anschließend hier unter Folienzufügen jede Menge schöner Grafiken, die ihr hinzufügen könnt, um die Präsentation eurer Geschichte zu starten. Die klickt ihr einfach an und schon ist das Bild hier geladen. Könnt ihr das erste Bild dann hier quasi entfernen. Und genau so beginnen wir jetzt auch mit dieser leeren Folie. Übrigens auf der Homepage in der Flatrate ist auch der ganze Keynote-Einsteigerkurs, sodass ihr da auch alles erfahrt, was es hier so an spannenden Sachen zu entdecken gibt. Aber da geht es heute nicht so sehr darum, Einsteigerkurs zu machen, sondern um diese Geschichte in Szene zu setzen. Und zunächst einmal brauchen wir das Bild aus unserem Urlaub und das können wir hinzufügen über Medien und damit dann auf die Fotos-App am Mac zugreifen, auf der die ganzen Bilder sind. Dort wählt ihr dann das Bild aus und anschließend habt ihr dann das ausgewählte Bild hier in der Ansicht. Und das könnt ihr jetzt ein bisschen verkleinern. Das können wir hier mal machen. Und wenn ihr hier oben an den Rand reingeht und dabei die Command-Taste drückt, dann verändert sich der Cursor und dann könnt ihr das Bild hier auch so ein bisschen drehen und an die richtige Stelle setzen. Naja, und dann brauchen wir noch eine schöne Hintergrundform, auf der wir unseren Text schreiben. Das können wir hier wunderbar über diese abgerundeten Vierecke machen, die wir dann zu so einem Rechteck aufziehen und hier drüber legen. Dann könnt ihr hier oben an diesem kleinen grünen Rahmen noch rumklicken und den Radius hier ein bisschen verändern. Ja, das sieht schon eigentlich ganz gut aus. Und nun ein Tipp von mir. Man kann jetzt mal in der Form auch einen Text reinschreiben, indem man einfach einen Doppelklick macht und dann seinen Text da reinschreibt. Das ist aber nachher ein bisschen unpraktisch, wenn man die Formatierung macht, was den Rand angeht, um diese Form herum. Und deswegen empfehle ich euch, hier einen Textrahmen drüber zu legen, einfach hier auf Text zu klicken. Der ist jetzt hier ein bisschen schwer zu sehen, weil wir den hier auf Grau haben. Aber ich ändere den mal hier über Format auf die Textfarbe Weiß. Dann sehen wir den hier so ein bisschen besser und den legen wir jetzt hier quasi drauf. Naja, und dann brauchen wir noch unsere Geschichte. Ich weder habt ihr die irgendwo vorgeschrieben oder ich schreibe sie jetzt hier rein. Wir sind hier natürlich im aufgezeichneten Video. Da geht das alles ein bisschen schneller. Die habe ich nämlich schon fertig geschrieben und die kopiere ich jetzt mit Command-V hier rein. Und die ist natürlich jetzt hier so ein bisschen schlecht formatiert. Deswegen klicken wir einmal hier in den Hintergrund rein, um dann nochmal diesen Textrahmen anzuwählen. Und dann seht ihr hier solche Anfasser. Und mit diesen Anfassern können wir diesen Rahmen, in dem das Ganze stattfindet, hier was verändern und so passend hier erstmal reinsetzen. Dass der in diesem schwarzen Rahmen ist. Passt dann trotzdem noch nicht, weil die Schrift sehr groß ist. Aber schaut mal, wir haben hier auch eine 24-Punktschrift. Das ist was Großes für so einen Text. Wir nehmen mal hier so eine 14er-Schriftart. Und ich nehme hier gerne auch nochmal so einen anderen Zeichensatz. Da könnt ihr euch einen aussuchen, der in eurem System ist. Und hier oben die Überschrift, den Titel, ein unvergesslicher Ausflug in Eutin. Den werden wir hier mal markieren mit gedrückter Maustaste. Fett machen und auch ein bisschen größer ziehen. Ja, und dann werden wir auch hier den anderen Text markieren. Da haben wir jetzt hier noch ein bisschen Platz. Können wir auch hier den Text größer machen, sodass man das gut am Bildschirm lesen kann. Und in dem Zuge werden wir das Ganze auch links formatiert machen, damit das einfach hier ein bisschen netter aussieht. Und dann sind wir eigentlich schon wieder fast bei der 24-Punktschrift. Können hier oben dann nochmal den Text anwählen und auch da vielleicht einfach die Überschrift ein bisschen größer machen. Und dann passen wir hier noch so ein bisschen den Rahmen an. Da müssen wir hier nochmal ein bisschen vielleicht dranhängen. Ein bisschen hier den Rand verändern. Also ihr seht, das lässt sich hier wunderschön in Szene setzen. So, und jetzt kommen so ein paar Sachen, die wir zum Farbgestaltung noch brauchen. Zunächst einmal hätten wir hier gerne Rahmen um das Bild. Das können wir hier über Stil machen. Und dann kann man hier immer so einen Rahmen anwählen, Bilderrahmen zum Beispiel. Den kann man aber leider hier, was den Rand angeht, sehr schlecht skalieren. Zwar gibt es hier so eine Skalierfunktion, aber die geht eher nach unten. Und wenn wir hier mal was mit 400% reinschreiben, dann wird das wieder auf 100% runtergesetzt. Wir kriegen also da diese Rahmen um das Bild nicht dicker irgendwie. Deswegen meine Empfehlung, nehmt die Linie, denn die lässt sich steuern. Da können wir nämlich tatsächlich hier so eine Linienart auswählen. Da könnt ihr mal gucken, ob euch das vielleicht besser gefällt hier. Und dann nehmt ihr die einfach. Und da können wir die Punktgröße einstellen für die Linienbreite. Und jetzt kommt so ein bisschen Farbtheorie. Habe ich hier schon mehrmals besprochen. Wir haben jetzt hier so ein Pastellblau. Am besten nehmt ihr euch immer so einen Farbton aus diesem Hintergrundbild, indem ihr hier draufklickt auf das Farbrad, die Pipette anklickt. Und dann suchen wir uns hier einen schönen grünen Farbton zum Beispiel raus. Der passt dann harmonischer schon mal ein bisschen besser zu dem Bild. Und das Gleiche machen wir jetzt hier auch mit diesem Rahmen. Auch da werden wir die Farbe mal ein bisschen mit der Pipette auf so ein Dunkelgrün setzen. Und schon sieht das Ganze ein bisschen harmonischer aus. Also da könnt ihr auch andere Farben nehmen. Aber damit kann man das wunderbar auch gestalten. Und warum haben wir das Dunkelgrün genommen? Weil wir hier so eine weiße Schrift haben. Ihr könnt natürlich auch eine dunkelgrüne Schrift nehmen und dann ein sehr helles Grün oder hier eher so ein Weiß mit als Hintergrund nehmen. Und wir können auch mal das Bild anklicken und das Farbrad hier schließen. Wir wollen noch einen Schatten dazu haben, so einen Schlagschatten. Da können wir hier noch den Winkel bestimmen. Und hier könnt ihr noch das Weichzeichnen, die Deckkraft, also wie stark soll der Schatten sein und den Versatz bestimmen. Das Gleiche machen wir auch hier für diesen Rahmen. Da müsst ihr aufpassen, hier gibt es ja einmal diesen Textrahmen, wenn man hier reinklickt, unten auch am Rand die Form. Und auf der Form geben wir den Schlagschatten. Die merkt sich Gott sei Dank übrigens den Winkel und alles ist prima eingestellt. Ja, im Grunde genommen ist das die Geschichte. Und das Bild dazu, jetzt müssen wir es animieren. Das habe ich auch schon mehrfach gezeigt, wie schnell und einfach das geht. Wir klicken nämlich einfach hier oben auf diese Folie, drücken Command-D. Dann haben wir eine zweite Folie. Und die zweite Folie zeigt quasi den Zustand an, den wir erhalten wollen. Und wie es vorher aussieht, das müssen wir auf der ersten Folie definieren. Das machen wir jetzt mal. Wir gehen mal hier hin und machen die Ansicht mal auf 50%. Und jetzt schieben wir alles weg, was wir erstmal nicht sehen wollen. Nämlich das Bild zum Beispiel. Schieben wir hier an den Rand und hier haben wir den Textrahmen und die Form. Und jetzt könnte man denken, wenn wir das Ganze als Gruppe definieren, das haben wir ja auch schon mal gezeigt, dann kann man die Gruppe wegschieben. Aber dann funktioniert dieser Zauberei Animationseffekt, den ich gleich noch zeige, nicht gut. Und deswegen meine Empfehlung, den Textrahmen anklicken und mit der Command-Taste gedrückt auf der Tastatur diese Form anklicken. Dann habt ihr beide hier markiert. Und jetzt könnt ihr die beide auch zur Seite schieben. Und die schieben wir hier so zur Seite raus. Und auf dieser Folie, die wir hier oben anklicken, werden wir jetzt über Animieren einen Effekt hinzufügen, der sich Zauberei nennt. Den findet ihr auch hier. Den klicken wir mal an. Und nun überführt nämlich automatisch Keynote den Zustand der ersten Folie, den Zustand der zweiten Folie. Und daraus entsteht eben diese wunderschöne Animation. Einziger Nachteil ist jetzt, wenn ihr das Ganze als Film exportieren wollt, dann kann es sein, dass der Text vielleicht nicht lang genug da steht. Jetzt in dieser Keynote-Präsentation ist das der Fall. Aber wem will man schon seine Keynote-Präsentation schicken? Wobei, wenn ihr wisst, derjenige hat auch ein Apple mit Keynote, dann könnt ihr ihm das auch natürlich schicken. Dann kann er sich das auch angucken. Wir können das Ganze also tatsächlich hier in Keynote abbilden. Aber, jetzt zeige ich euch einen anderen Weg. Wir können das Ganze nämlich auch exportieren hier als Film und damit quasi einen MP4-File, Video-File erzeugen. Dann könnt ihr hier, wenn ihr auf Auflösung klickt, schon die HD-Auflösung anwählen. Aber wenn ihr hier auf eigene klickt, haben wir mehr Einstellungsmöglichkeiten, zum Beispiel die Auflösung von 1020 mal 1080 Pixel zu nehmen und die Bildrate auf 60 Bilder zu setzen. Da kriegen wir eine schöne flüssige Animation. Und die Komprimierungsart, die kann man hier auf H.264 oder auf dieses neue Apple-Format auch setzen. Das unterstützt nämlich sogar transparente Hintergründe, die wir jetzt hier nicht haben. Aber sei mal nur so gesagt. Und dann drücken wir auf Sicher und sagen, das ist der Eutin-Film und speichern den einmal ab. Und dann wird er exportiert als Film. So, und warum machen wir das Ganze? Weil wir uns diesen Film jetzt in iMovie, das ist ja auch ein kostenloses Programm, zu dem wir übrigens auch einen tollen Kurs haben auf der Homepage. Und der ist auch in der Flatrate dann mit drin. Da gehen wir jetzt mal rein. Und hier habe ich jetzt ein neues Filmprojekt angelegt. Und über diese Import-Funktion hier können wir auf den Schreibtisch zugreifen und uns diesen Eutin-Film hier quasi reinholen. Da ist er. Den schiebe ich jetzt hier quasi rein. Und nun schauen wir uns den mal an. Wenn wir den hier mal starten, dann seht ihr eine ganze Zeit lang oben rechts in dem Film passiert überhaupt nichts. Das Bild ist zu sehen. Und dann irgendwann kommt diese Animation. Und dann bleibt der Rest da stehen. Wir müssen das uns also ein bisschen zurechtkürzen. Aber das macht gar nichts. Wir nehmen hier einfach den Anfang und schneiden alles weg, bis die Animation da kommt. Das soll ja relativ schnell einfach losgehen. Und nun können wir noch einen Soundeffekt zum Beispiel reinsetzen. Hier unter Auto Video. Da könnt ihr mal Wind eingeben. Und dann haben wir hier so verschiedene Windgeräusche. Vielleicht passen die ganz gut. Und die können wir da drunter setzen. Und damit die Geschichte hier auch schön lange gelesen werden kann, solltet ihr mal überlegen, wie lang muss das Ganze hier zu sehen sein. Und wenn wir hier an der Stelle unsere Schnittmarke hinsetzen, dann können wir hier oben bei Ändern sagen, wir möchten ein Standbild hinzufügen. Dann schneidet er hier quasi so ein Standbild rein. Und hier in diesem Teil bleibt das Bild jetzt einfach stehen. Auch schön scharf. Und wenn wir diesen Rahmen hier mal anklicken von dem Standbild, dann haben wir jetzt die Möglichkeit, hier oben an diesem kleinen Pünktchen zu ziehen und damit dieses Timing von diesem Rahmen zu verändern. Ihr seht, der lässt sich jetzt hier weiter aufziehen. Und wir können nun genau hier an dieser Stelle sagen, wie lang. Ihr seht hier die Zeitangabe. 20 Sekunden lang würde der jetzt gezeigt werden. Wenn ihr sagt, das soll aber mindestens eine Minute da stehen, dann zieht ihr das hier immer weiter auf. Bis hier zum Beispiel haben wir schon eine halbe Minute. Wenn wir Command-Minus drücken, können wir die Timeline hier ein bisschen verkleinern. Und das Ganze hier auch wesentlich länger ziehen. Zum Beispiel bis hier ans Ende, wo der Ton aufhört. Und dann haben wir immer schon 57 Sekunden hier, ja fast eine Minute, das Bild stehen. Obwohl wir hier vorne die schöne Animation haben, wird uns das jetzt hier eben so lange, wie wir das wollen, mit einem Soundeffekt und eben dem Standbild angezeigt. Und jetzt könnte man danach die nächste Geschichte einblenden lassen. Also ihr merkt, dadurch habt ihr eine Menge Möglichkeiten, in iMovie diese Länge der Anzeige zu bestimmen. Und wer Lust hat, kann das ja sogar vertonen und vorlesen. Ihr habt ja die Möglichkeit, hier mit dem Mikrofon auch was aufzunehmen. Dann könntet ihr die Geschichte auch vorlesen, als Tonspur da reinlegen. Und dann muss man es nicht mal lesen. Und die Länge des Films passt ihr dann an die Tonspur an. Und vielleicht noch ein Tipp, wenn ihr in Keynote seid, dann könnt ihr natürlich diese Folie hier auch duplizieren. Und dann hier an der Stelle zum Beispiel die Rahmen wieder nach unten schieben. Und hier wieder beide Rahmen anklicken mit der Command-Taste und den Rahmen nach oben rausschieben. Und dann wendet ihr auf dieser Folie den Effekt Zauberei an. So können die Folien nämlich dann auch wieder ausgeblendet werden. Und diesen hinteren Teil im Film, den habt ihr ja noch. In iMovie haben wir ja nur das Standbild in die Mitte gesetzt. Dieses letzte Stück, was wir im Film noch haben, das würde dann eben anzeigen, wie das Ganze wieder rausfliegt. Also dadurch, dass wir in der Mitte das Standbild hinzugefügt haben, haben wir eben Anfang und Ende der Animation später im Film auch drin. Das soll es auch schon gewesen sein. Damit habt ihr eine Menge Möglichkeiten, wunderschöne Geschichten zu erzählen mit tollen Bildern. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Wie immer dürft ihr den Daumen nach oben anklicken und den YouTube-Kanal gerne abonnieren. Könnt das Glöckchen anklicken, dann bekommt ihr auch einen Hinweis. Wir haben sogar eine WhatsApp-Gruppe, da bekommt ihr auch Hinweise. Und wie gesagt, wer die Flatrate hat, der bekommt von mir das Urlaubsfolienpaket mit jeder Menge toller Grafiken. Hier haben wir so Café-Szenen zum Beispiel oder schöne Berglandschaften. Und da könnt ihr einfach draufklicken und schon habt ihr die entsprechenden Hintergrundbilder, um eben eine schöne Präsentation eurer Urlaubsbilder zu präsentieren. Also viel Spaß dabei und bis bald. Tschüss!